Verdiene immer wieder 99 Cent in gerade einmal einer Minute mit diesem Google-Trick. Google.com ist mit großem, großem Abstand die meistbesuchte Website in Deutschland. Allein im Jahr 2022 gab es dort schon über 890 Millionen Besucher alleine in Deutschland. Nahezu jeder Deutsche, der im Internet aktiv ist, sei es am Handy, am PC, am Laptop, wo auch immer, verwendet fast täglich Google. Und ja, die meisten kennen allerdings nicht diesen geheimen Trick bzw. Hack, den man mit Google verwenden kann, um tatsächlich auch sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. In diesem Video gibt es mal eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr mit diesem Google-Trick bzw. Google-Hack von zu Hause aus legal und seriös Online-Geld verdienen könnt. Ganz wichtig, dieses Video ist keine schnell reich werden ohne Arbeitmethode, sondern eine Methode, die wirklich langfristig und vernünftig funktioniert. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann legt jetzt alles andere beiseite und schaut euch dieses Video auf jeden Fall konzentriert bis zum Ende an. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal bekommt ihr immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Hier werden jeden Tag neue Methoden in genau diesen Bereichen hochgeladen. Gib jetzt gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du mehr Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Online-Geld verdienen haben möchtest. Und dann würde ich mal sagen, Fragen natürlich jederzeit in die Kommentare und dann geht es auch direkt schon los. Ja, und zwar viele kennen natürlich Google, aber die wenigsten kennen tatsächlich Google Trends. Und hier kann man wirklich die interessantesten Trends ganz genau analysieren. Das heißt, die Google suchen ganz genau analysieren. Beispielsweise aktuell Fußball-WM, Kim Kardashian, Taylor Swift und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt hier genau nachvollziehen, wie groß das Interesse an einem bestimmten Thema ist. Und das können wir uns extrem gut zunutze machen. Ganz wichtig natürlich oben das Land auswählen. Ihr könnt damit auch gerne mal rumspielen. Das heißt, verschiedene andere Länder mal auswählen und dann vergleichen. Und hier werden wir jetzt Folgendes einmal eingeben. Das heißt, wir geben hier jetzt einmal ein Amazon Fotos. Warum? Das werdet ihr gleich noch sehen. So, Amazon Fotos und hier haben wir jetzt den Suchbegriff. Zack, können wir hier die Software oder den Suchbegriff auswählen. Dazu aber später mehr. Wir wählen jetzt hier einmal den Suchbegriff aus. Und jetzt sehen wir hier schon Folgendes. Hier sehen wir, wie hoch eben das Interesse im zeitlichen Verlauf ist. Das gibt eben an, also ich lese mal kurz vor, die Werte geben das Suchinteresse relativ zum höchsten Punkt im Diagramm für die ausgewählte Region im festgelegten Zeitraum an. Der Wert 100 steht für die höchste Beliebtheit dieses Suchbegriffes. Der Wert 50 bedeutet, dass der Begriff halb so beliebt ist und der Wert CR0 bedeutet, dass für diesen Begriff nicht genügend Daten vorlagen. Das heißt, hier, wenn wir hier zum Beispiel gerade im Bereich 100 sind und das war hier zum Beispiel hier vom 16. bis 22. Januar 2022, war das Interesse an dem Thema Amazon Fotos sehr, sehr hoch. Was sehen wir aktuell? Natürlich, dann ist das Interesse ein bisschen runtergegangen, aber aktuell befinden wir uns hier wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das heißt, zuletzt sind wir hier von 51 wieder auf 59 geklettert, quasi zuletzt hier vom 13. bis zum 19. März. Und das ist wirklich immer das Entscheidende. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr interessante Themen oder Begriffe etc. sucht, müsst ihr hier erstmal das Ganze analysieren und schauen, ist das Thema gerade interessant oder ist es gerade eher weniger interessant. Und hier können wir auch noch genau sehen, wo das Ganze am interessantesten ist. Also ihr seht mal wirklich, was Google alles weiß über die Nutzer. Hier zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist das Interesse an Google Fotos besonders hoch in Hessen auf Platz 2 und so weiter und so fort. Hier sehen wir tatsächlich auch noch mal ein paar verschiedene andere verwandte Themen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nicht das Google Fotos Thema verwenden wollt, wozu ich später gleich noch komme, könnt ihr auch noch andere Themen verwenden. Hier seht ihr auch ähnliche Suchanfragen, zum Beispiel 90% suchen dann zum Beispiel auch noch nach Amazon Fotos Kosten und dem Login und so weiter und so fort. Ja, jetzt wissen wir zumindest hier, das Thema Amazon Fotos war mal sehr, sehr beliebt, ist aktuell nicht mehr so beliebt wie schon vor einiger Zeit, aber immerhin hier gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Zum Beispiel hier im November lag der Wert hier bei 39, also da war das Interesse noch deutlich, deutlich geringer. Ja, jetzt können wir das Ganze einmal im zeitlichen Verlauf nochmal auswählen, das heißt beispielsweise die letzten fünf Jahre. Und jetzt werdet ihr dann folgendes sehen und zwar in den letzten fünf Jahren ist das ganze Thema Amazon Fotos natürlich viel, viel interessanter für die Leute geworden. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Thema, was auch in Zukunft noch relevant sein wird. Und jetzt kommt eben der Faktor ins Spiel, mit dem wir hier tatsächlich mit Amazon Fotos Geld verdienen können. So, und zwar funktioniert das Ganze mit der Seite CPA Lead. Und ja, das Ganze ist wirklich eine gigantische, gigantische Seite. Hier sehen wir auch die ganzen Unternehmen, zum Beispiel natürlich hier Amazon, EA, Starbucks und so weiter und so fort, sogar Netflix und Amazon. Und hier könnt ihr eben täglich bezahlt werden, indem man hier dem CPA Lead Netzwerk beitritt. Was ist das Ganze hier für eine Seite? Hier wird man quasi dafür bezahlt, dass Leute zum Beispiel einen Account sich eröffnen und so weiter und so fort. Und warum gerade das jetzt für uns interessant ist, dazu gibt es gleich mal die Lösung. Und zwar nicht wundern, ich habe mir die Seite hier auf Deutsch ganz normal mit dem Chrome Browser übersetzen lassen. Die Originalseite ist hier auf Englisch und hier könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden. Wie gesagt, die Anmeldung ist komplett kostenlos hier bei CPA Lead. Wenn ihr einen Account habt, dann zeige ich, wie es jetzt weitergeht. So, und zwar bin ich jetzt hier bei CPA Lead angemeldet und was wir hier sehen, ist natürlich sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich das Land Germany ausgewählt und jetzt hier, was haben wir zufälligerweise auf Platz 1? Das heißt, dieses Thema ist aktuell hier bei CPA Lead auf Platz 1, also mit das beste, beziehungsweise aktuell das beste Programm, was wir hier finden können. Das heißt, hier bekommen wir tatsächlich jedes Mal, Payout bedeutet ganz normal Auszahlung, bekommen wir jedes Mal 1,09 Dollar für eine ganz normale Amazon Fotos Installation. Das können wir hier auch nochmal ganz normal sehen, indem wir hier auf Amazon Fotos raufklicken. Das heißt, bei Amazon anmelden und ein Foto hochladen. Das heißt, wenn ein neuer Benutzer sich hier bei Amazon anmeldet und man eben ein Foto hochlädt, dann verdient man jedes Mal 1,09 Dollar. Und dieses Video heißt nicht ohne Grund immer wieder 99 Cent mit gerade einmal eine Minute verdienen, denn wenn wir das Ganze uns einmal anschauen, sehen wir auch schon, dass 1,09 Dollar genau eben diesen 99 Cent entsprechen. Und das ist eben eine richtig, richtig super Sache. So, das heißt, wie kann man hiermit jetzt Geld verdienen? Wir sehen hier, das Ganze funktioniert ganz normal über Handy, auch natürlich bei Apple. Und ja, hier können wir jetzt ganz normal unseren Link kopieren. Das ist ein sogenannter Affiliate Link hier. Das heißt, hier den Link können wir kopieren. Und jedes Mal, wenn sich jetzt Leute über diesen Link bei Amazon Fotos anmelden, bekommen wir tatsächlich 1,09 Dollar. Das heißt 99 Cent. Und das Ganze wird wirklich hier dem Konto direkt gutgeschrieben. Und man kann das Ganze dann ganz normal als echtes Geld aufs Konto auszahlen lassen. Und zwar können wir uns das einmal anschauen in der Preview. Das heißt, hier klicken wir einmal auf den Preview-Link. Zack, auf Preview klicken. Und dann öffnet sich auch schon ganz normal hier im App Store Amazon Fotos. Und hier ist es dann eben so, für jeden Download und für jede Benutzung bekommen wir hier eben dann 99 Cent. So, das heißt, wir haben jetzt eben ein extrem interessantes Thema. Das heißt, Amazon Fotos ist gerade wieder sehr, sehr angesagt. Und wir haben hier tatsächlich bei CPA Elite das Ganze auch noch auf Platz 1. Das heißt, eine super Kombination. Natürlich könnt ihr das quasi bei allen möglichen anderen Produkten machen. Zum Beispiel NordVPN werden auch viele von euch schon kennen. Hier von YouTube zum Beispiel. Da machen auch sehr, sehr viele große YouTuber Werbung für. Jetzt wisst ihr auch warum. Weil sie hier eben für jede Auszahlung tatsächlich über 3 Euro bekommen. Und das ist eben dann kein Wunder. Das heißt, ihr könnt es quasi bei jeder anderen Sache auch machen. Aber natürlich das ganze Thema Amazon Fotos ist natürlich sehr, sehr beliebt. Deswegen ist es hier auch tatsächlich auf Platz 1. Und ja, jetzt wird es natürlich interessant. Das heißt, wie könnt ihr dann jetzt hier mit Geld verdienen? Natürlich müsst ihr diesen Link, den Affiliate-Link mehrfach kopieren und dann eben einfügen. Aber wo genau soll man das Ganze dann eben einfügen? Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Wege. Die Klassiker sind natürlich, dass man das Ganze über Social Media teilt. Dass man zum Beispiel bei Instagram das teilt, in Telegram-Gruppen etc. Allerdings ist da immer so ein kleines Problem, dass einige Leute eben nicht eine besonders nennenswerte Reichweite haben. Und dann kann man es natürlich auch machen. Aber es wird natürlich dann nicht so gut funktionieren. Und deswegen gibt es jetzt mal einen Trick. Und zwar für alle Leute, die natürlich auch ein ganz bisschen ins Risiko gehen wollen. Das sage ich auch natürlich. Gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man selbst Influencer-Marketing betreibt. Das ist jetzt eine ganz, ganz außergewöhnliche Methode. Und zwar, ihr kennt es ja selbst, wenn zum Beispiel große Influencer mit 100.000 oder vielleicht sogar mit 500.000 oder einer Million Followern auf Instagram irgendwas erklären und zeigen in der Story. Ja, hier, ich habe ein neues Produkt, ich habe eine neue Sache. Und das könnt ihr eben quasi auch machen. Ihr müsst es nicht selbst machen, sondern ihr könnt quasi als eine Art Manager auftreten. Das heißt, ihr geht zum Beispiel auf Influencer zu. Zum Beispiel auf Instagram, die in einem bestimmten Bereich aktiv sind. Zum Beispiel im Bereich Fotografie. Es muss natürlich auch dazu passen. Und könnt die dann einfach mal anschreiben. Das heißt, ihr fragt dann ganz einfach, ja, du hast zum Beispiel eine Story. Wie viele Leute sehen dann so die Story? Und dann werden die euch ein Angebot zuschicken, beziehungsweise die Angaben machen. Wenn ihr natürlich entweder über DM oder über die ganz normale E-Mail an die Leute herantretet, dann könnt ihr sehen, okay, der eine hat zum Beispiel 200.000 Follower und hat pro Story, also die Story, die eben angeschaut wird, am Tag ungefähr 50.000 Klicks. Das heißt, wir können dann schauen, okay, 50.000 potenzielle Interessenten hier, weil das natürlich ein Influencer im Bereich Fotos ist. Okay, dann können wir ganz normal rechnen. Wenn wir zum Beispiel 50.000 von diesen Interessenten haben, das heißt hier 50.000 Interessenten und dann eben gerade einmal 1% der Leute hier wirklich Amazon Fotos dann im Endeffekt benutzt. Das heißt, mal durch 100 teilen, um eben auf 1% zu kommen, haben wir eben 500 potenzielle Leute. Weil wir natürlich wissen, dass wir jedes Mal 99 Cent bekommen, mal 99 Cent beziehungsweise 0,99 Euro. Hätten wir hier ein Potenzial von, wenn wir von nur 1% ausgehen, was wirklich wenig ist, hätten wir hier ein Potenzial von eben, ja, 495 Euro. Das heißt, wir können zum Beispiel diesem Influencer für eine Story 400 Euro zahlen, was natürlich ein super Deal ist für den Influencer, weil er einfach nur dadurch, dass er eine Seite zeigt, er zeigt zum Beispiel Amazon Fotos, kriegt er 400 Euro. Aber ihr kassiert dann eben, wenn nur 1% der Leute wirklich auf den Link klicken, kassiert ihr hier 495 Euro und hättet dann quasi direkt, ja, 94 Euro an Gewinn. Und das wirklich, wenn es extrem, extrem schlecht läuft. Klar, ihr könnt natürlich erst auch ein bisschen kleiner rangehen, aber der große, große Vorteil ist hier eben, ihr könnt hier eben, dadurch, dass der Influencer einfach nur euren Link teilt, schon sehr, sehr gut bezahlt werden. Das Einzige, was ihr eben machen müsst, ihr müsst hier raufgehen, nachdem ihr euch angemeldet habt, dann euren Link eben ganz normal kopieren und auch mal vorher in der Preview anschauen, ob es auch der richtige Link ist und dann eben dem Influencer zur Verfügung stellen. Und der verweist dann einfach nur auf diese App hier, zum Beispiel zeigt, ja, hier, Leute, schaut euch mal, Amazon Fotos, eine richtig super Sache und er verwendet dann natürlich euren Link. Und jedes Mal, wenn sich dann Leute hier anmelden, verdient ihr jedes Mal 99 Cent und das ist einfach mal eine super, super Sache. Natürlich, dieses Video heißt 99 Cent pro Minute verdienen. Ihr könnt es auch zum Beispiel selbst platzieren mit Werbeanzeigen auf Google und so weiter und so fort. Dann wird es allerdings ein bisschen länger dauern. Und ja, im Prinzip ist die einzige Arbeit, dauert nicht mal eine Minute, dass ihr hier euch anmeldet und hier den Link erstellt. Und dann eben Marketing, das können eben, beziehungsweise Werbung, das können eben die Influencer, die anderen für euch übernehmen. Und damit könnt ihr dann eben sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ja, eine wirklich, wirklich super, super Sache zum Online-Geld verdienen. Wenn ihr jetzt noch weitere Methoden zum Online-Geld verdienen haben wollt, werft gerne einen Blick in die Videobeschreibung. Dort habe ich noch sehr spannende Methoden, mit denen wir teilweise mehrere tausend Euro pro Monat verdienen, verlinkt. Und ich werde jetzt noch hier zwei weitere Videos einblenden zum Thema Online-Geld verdienen. Klickt da gerne rauf, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.